ok jetzt muss ich mich sputen willkommen heute bei einer weiteren folge let's play clash of fans mit mir dem torsen und ja cwl ist auch für uns vorbei die herausforderungen haben echt cool gekämpft hier muss ich sagen und ich habe es dann auch immer ein bisschen schwer wenn es darum geht bonus zu verteilen ich weiß nicht wie die anderen leader das machen machte das aus dem bauchgefühl oder oder sagt ihr kommen es kriegen immer nur die oberen fünf irgendwas oder die oberen sieben ich glaube ich kann sieben stück verteilen hier und wir gucken aktuell in den in den abschluss hier rein wir haben die liga gehalten so muss ich sagen ich habe heute abend auch in den chat reingeschrieben ich bin froh dass wir die liga so gehalten haben und nicht aufgestiegen sind denn es war schon teilweise sehr sehr schwer weil wir haben sehr viele neuner hier dabei also viele rathaus 9 und hatten ständig oder sehr sehr häufig im rathaus unterschiede das heißt unsere neuner mussten dann schon starke zehner teilweise angreifen oder auch elfer und noch noch eine liga höher wird das ja nicht besser das heißt also es werden nicht mehr neuner werden für uns sondern eher weniger und deswegen glaube ich ist ganz gut dass wir hier super abgeschnitten haben wir haben echt super abgeschnitten ihr seht das hier wir haben die beste prozentuale zerstörung hier im ganzen team beziehungsweise in der ganzen gruppe das natürlich echt super sind dritter geworden guter dritter 530 da fehlen nicht viele sterne wir haben auch ein bisschen was liegen lassen aber da oben blackhand und die joys potatoes die wandern schon ein bisschen ein wenig überlegen so will ich mal sagen was die rathäuser angeht aber wir haben uns echt cool geschlagen hier in dieser gruppe und wie gesagt ich bin ganz ich bin ganz froh dass es so gekommen ist dass wir nicht super aufgestiegen sind ich habe noch mal ein bisschen heilwerk gestreckt gestern abend im stream beziehungsweise vorgestern abend ist ja schon vorgestern abend her gewesen ja und also für euch wenn ihr die folge sieht für mich ist gestern abend wenn ihr heute die folge sieht ist schon vorgestern abend also ich tue mich immer sehr sehr schwer wenn es darum geht bonus zu vergeben der ein oder andere hat das noch nie gesehen hier da ich hier vize bin also vize und anführer können noch mal bonus verteilen anhand ihrer platzierung und wir können beziehungsweise anhand ihrer sterne ist es glaube ich und wir können sieben stück noch mal hier in die pflicht nehmen das heißt also 7 von 30 ist natürlich echt echt schwer jetzt könnte man sagen ich mache hier zweiten jeden dritten so dass das ungefähr passt beim letzten bonus verteilen habe ich das einfach im live stream gesagt habe ich habe ich dann die leute gefragt leute nennt mir mal eine zahl zwischen 1 und 30 oder sowas oder 1 und 15 damals waren es noch 15 glaube ich wo ich das das erste mal gemacht habe und dann haben die irgendwelche zahlen genannt und ich habe genau die zahl genommen und die haben den bonus gekriegt das doofe ist ich habe jetzt auch nicht so ein tolles handy wie viele andere haben ich habe nur so ein billiges s9 plus das hat zwar diesen bixby hier das hat sogar so ein extra bixby button also diese laberei so ähnlich wie siri nur wenn ich in meinen bixby reinsprechen und frage eine zufallszahl an dann fragt mich bixby immer was willst du von mir toto so viel dann dazu also nehmen wir hier nehmen wir hier einfach die die wir meinen ich tue mich wirklich ich tue mich wirklich wirklich schwer muss ich muss ich mal dazu sagen ob das jetzt alte oder neue leute sind das weiß ich nicht vielleicht gönne ich es eher den neueren leuten so dass ich sie hier vielleicht halte das nehmen wir den let's go hier mal mit rein warte da ist der let's go denn so ein bisschen stampen möchte ich hier schon nehmen der swash hier oder der swash kriegt in jedem fall der ist leider schon raus ich hoffe er bekommt es noch mit dass er hier noch bonus medaillen mit bekommen tolle angreifer kann ich euch sagen und das war jetzt eigentlich schon an das war noch nicht die sieben dann wird das so farbig der clash king max noch mal ringe 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 wir nehmen die bernadina immer ein regenbogen man kann sich eigentlich verbessern der kann eigentlich ein bisschen besser und ich nehme den tempi hier noch mit weg rom button spritzei krone sah die bauen das alle nicht mehr so wirklich smacks und das hier unten sind ja eher er die nicht kämpfer das max hat seine medaillen alle bekommen da habe ich nehme ich noch er kommt ich nehme die farbe hier noch mit rein wir nehmen die farbe noch mit rein und farbe 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 ja okay da habe ich sie weggegeben so einfach ist das und da kann ich zumindest den nächsten klarkrieg starten beziehungsweise eigentlich wollte ich euch allerdings nur ein ein angriff hier raus zeigen leider ein von mir also alle anderen haben hier super angegriffen in der gesamten liga allerdings ist mir ja gestern so ein kleines missgeschick passiert auf die nummer 20 hier heil wird über bewertet ihr habt diese base schon gesehen nämlich im video von gestern es ist exakt die gleiche base nur schwächer tolle wurst nur schwächer und also auch auch exakt die gleiche kombi die ich hier benutzt habe ich mache das jetzt auch mal auf zwei zweifach schnell das heißt oben gefandelt mit golem baby drache lohnen jetzt gehen meine helden sind hier noch mal ein bisschen besser gegangen sogar als bei dem angriff gestern da sind die nämlich aus nun gegangen und nicht hier schön in der mitte durch aber dann passiert mir hier gleich so ein kleines unglück dicke finger oder weiß der geiler am tablet irgendwie so da drauf gepatschelt und schon haben wir mal eben so ein bisschen den heil über bewertet da seht das alte alle heilsauber rausgeballert vier heilsauber das waren gerade vier heilsauber ja und die weil er weg ist weg haben naja egal ich habe den angriff dann laufen lassen ich habe mich ganz ganz tief unter den tisch vergraben vergraben kann ich euch sagen das ist ja live live stream angriff gewesen auf twitch und da habe ich mich ganz wie gesagt ich war weit weit unter dem mikrofon hier weil ich konnte es nicht glauben dass mir ich meine es passiert halt life is life du kannst es nicht rückgängig machen du kannst es nicht rausschneiden das kommt ja auch noch dazu du kannst jetzt nicht sagen oh gott der angriff war so kacke den den schnibbelst du mal besser raus das muss die das muss die nachwelt nicht ertragen aber gut naja was willst was was willst machen okay ach das taucht jetzt so lange auf bis wir hier neu starten jetzt habe ich aber eben schon gesagt wir starten in jedem fall wenn die bonus so vergeben sind und aber ich hatte hier noch irgendwo war hier noch was dreisterniges da oben ist er ja schon steißer die gucken wir uns noch mal an dass das rathaus 11 auf rathaus 12 rathaus 12 ist auch ein also ein fünfer okay aber wie gesagt er hat die medaillen verdient finde ich zumindest ist nämlich toller angreifer gewesen war jetzt für die cwl hat sich auch bedankt dass er hier die cwl mitspielen durfte als rathaus 11 und ich muss sagen echte bereicherung also wenn der euch über den weg läuft lehnt ihn nicht ab lehnt ihn nicht ab denn der der weiß wie man clash of clans auch spielt und ist ein super spender wenn auch ein bisschen ruhiger vertreter aber hat alle angriffe hier gemacht und da wird auch recht richtig viel hier abgegriffen in der liga was medaillen auch angeht deswegen sei ihm der bonus noch mal gegönnt das ist immer so ein zwiespalt der bonus ist für mich immer ein zwiespalt und eigentlich möchte ich ja allen ich möchte allen den bonus können klar wer möchte das nicht nur gibt es dann nachher wieder genöle wieso habe ich keinen bonus gekriegt und dann ich meine letztendlich sage ich auch immer ich muss meine entscheidung nicht rechtfertigen ja oder auch wenn wenn ich jemand hier aus klaren kicke oder so ich muss nichts begründen ja ich muss nicht sagen oh ich krieg dich jetzt weil du mir sowieso voll auf die nerven gehst oder so oder weil du hier den chat störst oder weil du alles hinterfrags oder weil du ein scheiß spender bist oder so ich muss man muss es eigentlich nicht begründen denn kick ist kick man hat sich das schon seine gedanken gemacht aber die muss ja jetzt nicht die muss sich ja nicht beitreten als nur so als beispiel ja deswegen muss ich auch gar nicht großartig jetzt hier diskutieren mit den leuten warum habe ich jetzt keinen bonus gekriegt der ist ja nur ganz kurz da und ich bin ja viel viel länger da man kann ja nachgucken wie lange man hier im klaren ist das alles so leute es sind nur medaillen ist nur ein spiel und ich glaube das spiel bringt einen auch ohne diese medaillen unheimlich schnell voran ich meine mit medaillen rechnen sich die leute natürlich auch aus wenn ich jetzt noch den bonus kriege dann kann ich mir noch mal so ein hammer dazu holen und ich weiß alles aber ich denke mal das spiel ist wie gesagt im moment so schnelllebig was das level angeht also auch helden level ich sehe das ja auch hier im klaren wie die leute hier ihre helden vor allen dingen hochziehen und deswegen habe ich so ein bisschen das gefühl wir gucken muss gerade noch mal schauen in die gruppe klar da ist der scho 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 ist gar nicht mal so 16 ok ich meine er musste um fast immer zwölfer machen muss man auch dazu sagen fairerweise während der alex hier mit mitten mit 19 schon ganz ganz oben ist also da habe ich auch glaube ich mal ein ich glaube ich muss nur ein neuner machen oder so denn das waren es immer 10 also ganz okay hier glaube ich dann können wir hier auch jetzt kommt das noch mal ich will es jetzt nicht noch mal sehen wir starten hier mal krieg hier gibt es ein paar neue martin ich weiß gar nicht der martin mit will martin martin na gut wenn er martin mit will den ich wollte aber einen nicht mitnehmen der hier neu ist den wollte ich noch nicht mitnehmen afa geht mit spritze passt alles passt alles auch wer das noch nie gesehen hat hier so sieht das menü aus hier beim vize oder nicht vize und beziehungsweise beim vize und beim anführer die können die klaren kriege hier starten da ich mit dem toto immer ganz ganz voll wenn das ist ja der leader hier mache ich das hier mal so hausfrau uschi die kämpft sowieso nie soll ich den jetzt echt mitnehmen google 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 bock auf ck fragezeichen fragen wir den google einfach mal wenn er jetzt sagt ja nein vielleicht bloß nicht sonst nehme ich ihn wieder mit ja gerne herkommen da kommen dann immer in google mit dann immer eine google auch mit hier google google da ist aber 25 am start hast würde ich mal zu sagen ok ok dann ist er mit dabei dann können wir ein bisschen weiter fahren ich habe ja auch ein paar ich bekomme also man man sieht das hier glaube ich auch im chat wenn man die dinger verteilt hat hier da da kann sich einmal zum zum loser machen oder auch nicht clan oder gv league bonus ist bla 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 und templar hat auch noch mal bekommen auch schon sehr sehr lange bei uns ich habe jetzt auch wieder ein paar marken hier mit ihnen hier bekommen bin bei 918 ja da geht ja noch ein bisschen was auch bei elfer geht ja noch ein bisschen was das eine oder andere werde ich mir sicherlich können wir haben wir noch mal netten bonus in der auch noch mal so fett den clan den clan bonus hier noch noch mal drin vom letzten sieg ich habe zwar nun einsteller gemacht er war auch blöde muss ich sagen ich habe angegriffen da war ich eigentlich gar nicht mehr ich war ich war sowieso im stream schon ziemlich platt und habe dann noch habt ihr noch mal angegriffen und habe gedacht ach komm da machst du den schaffst du sowieso im laufe des nächsten tages nicht wirklich aber er hatte ja alle er hat alle luft dinger da hinten hat er was in der clan burg ja so ein bisschen okay das kriegen wir hin immerhin hat er da ja ein bisschen was auf 55 heile alter tut übertreibt nicht mit heilern hier warum auch 1 2 3 4 5 einmal gesprungen was haben wir in der clan burg noch mehr riesen riesen können nie schaden ja also wenn ihr wenn ihr riesen in der clan burg habt nehmt die ruhig mit die schaden nie und ihr seht das ja hier was der gegner so in der clan burg hat ja das giften wir trotzdem mal mal weg ist das echt nicht mehr er hat echt nicht mehr dann okay naja gut hier muss ich jetzt auch nicht die muss jetzt auch nicht wirklich da in wallung bringen und ich habe ganz ganz viel heil dabei ja das ist shit kein sprung aber wieso habe ich so viel heil ach das ist noch meine ach das ist doof das sind noch meine zauber von meiner meiner armee von meiner meiner armee von meiner meiner armee hier drin alter falter kommt gibt da noch mal ein bisschen gas in der mitte das war das game hier noch gewinnen aber die queen ist da die queen eier da hinten wieder an an seiner mauer um und lässt sich schön von der kanone die ganze zeit runter ballern während unser king hier in der mitte viel viel besser unterwegs ist hier kommen jetzt noch mal ein heil auf unsere pecker damen und dann nehmen wir einmal ein da ein da dass wir hier vielleicht noch so ein bisschen außen was kriegen mal gucken ag doch passt alles klar leute okay wir sehen uns heute abend ich habe mich entschieden vielen dank von vielen dank an alle die die umfrage mitgemacht haben auf den community daumen dafür an euch ja ich werde am freitag ein bisschen zu ihm also heute ihr sitze heute mittag heute abend komme ich irgendwie online auf youtube und ich denke mal auch auf tv sonntag kann ich noch nicht genau versprechen da ich nicht genau weiß wie lange hier die letzten gäste verweilen und ich möchte hier kein verrauen nur nach dem motto leute ich will jetzt stream geht mal alle deswegen kann ich das am sonntag noch nicht genau bestätigen wenn dann wird das ganz ganz spontan das plan ich also das plan ich also erst mal nicht den planer auf twitch stelle ich jetzt gleich noch um beziehungsweise gleich ist donnerstag abend den stellen um für euch und dann wisst ihr in jedem fall bescheid wann es wieder los geht ich denke ich habe schon mal jemanden geschrieben auf instagram glaube ich war es wird selten vor 21 uhr das ist einfach so ich bin auch noch länger unterwegs heute das ist auch mal witzig wenn ihr das video seht ist es freitag und ich spreche jetzt schon in der gegenwart also ich bin heute ein wenig länger noch unterwegs deswegen wird das eher selten vor 21 uhr werden so ist das leider war das passt ja das passt okay das passt ganz gut was so stimmt der stream sonntag ja okay sonntag ist natürlich obwohl wir haben sonntag auch noch mal gäste und deswegen gucken wir mal bodenwutkarre passt so ich hoffe die folge hat euch gefallen liga ende ich hoffe ihr hattet auch ein cooles liga ende wenn ja bin mir das ruhig in die kommentare rein wie ihr die letzte liga jetzt fandet die mai liga ich denke ich denke mal ausgewertet ist sie noch nicht hier gibt es übrigens so ein reiter clan wo liegt da kann man immer sehen die auswertung wer hat wann wie gewonnen und ist da ist aber noch die april season drin weil noch nicht für alle glaube ich die season mai worum ist und schauen wir mal wer hier als nächstes oder wer überhaupt dann dann auftaucht in der nächsten woche gibt es auf jeden fall eine super info für euch ich habe wieder ein bisschen was vor mit euch und das werde ich aber dann erst ab montag dienstag so ein bisschen mit mit in meine videos mit reinnehmen denn in der nächsten woche am in der nächsten woche am wochenend ist der loke clash also wenn ihr in dortmund seit dann trinken wir bierchen zusammen oder so nein keine ahnung ich muss ja wahrscheinlich selber fahren alles alkoholfrei und von daher hoffe ich dass da einige sehe ich habe ja auch einige schon im stream mal besprochen so nach dem motto wer kommt wer geht wer nimmt vielleicht daran teil vielleicht trifft man sich ja mal es wäre sicher sich sehr sehr schick und wenn ihr noch mehr lust auf clash of clans habt dann glocke abonnieren die glocke stellen abonnieren und das wie wir liken wenn es euch gefallen hat bis dahin ciao ciao euer tuto